Herr Brandt, Ihre Show. Wohin fahren wir? Wo Sie hinwollen. Und wohin will ich? Was geht hier vor? Was soll vorgehen? Die Leute sind komisch. Die Leute sind immer komisch. Sag, was du willst. Was wird das ändern? Alles. Ich will... Ich will, dass ihr mich alle liebt! Alle lieben dich. Und ich liebe dich am meisten. Das ist beinah religiös. Das macht mir Angst. Ich will die Wahrheit essen. Warum denkst du dauernd an mich beim Onanieren? Irgendwie führt die Wahrheit nur zu schlechter Launen. Ich will alle lieben, mehr als mich selbst. Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Kann ich dir noch was Gutes tun? Ich weiß nicht, ob ich das so aus halte, Sophie Harmonie. Kannst du bitte wieder normal werden? Vielleicht leben wir ja alle in einer Art Simulation. Und Gott ist der Spieler, der schon zum hundertsten Mal versucht, aus ihrem Leben ein Gelungenes zu machen. Du kannst nicht lieben, Tristan. Du willst alle Leben leben. Deshalb kannst du dich nicht entscheiden. Neuer Tag, neues Glück. Ich wünsche mir, ich will... Ich wünschte, wir wären allein auf der Welt. Hast du es nicht satt, dass sich ständig alles um dich dreht? Soll ich mir vielleicht wünschen, nichts mehr wünschen zu dürfen? Glücklich ist, wer sich nichts wünschen muss. Doch, jetzt aber ein Hirnspalter, oder? Jede falsche Entscheidung könnte im Wahnsinn enden. Keine Angst. Wir sind alle Entscheidungsträger. Nicht nur du. Es geht ja nichts ohne die anderen. Noch nicht. Danke. Danke. Danke.